Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das vielleicht auch dich betrifft. Und zwar möchte ich über das Thema, ich möchte erst mal alleine lernen, ich möchte es erst mal alleine probieren, sprechen, mehrere Perspektiven beleuchten, ob es sinnvoll ist oder nicht, damit du für dich abschätzen kannst, ob das jetzt das Richtige für dich ist, weiter alleine zu lernen oder ob nicht vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um Kleinettenunterricht zu nehmen. Auf der einen Seite kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch sehr lange alleine gelernt habe und ich kann noch dazu aus der Erfahrung von meinen Kursteilnehmern und von Interessenten sprechen, die mir ihre Beweggründe mitgeteilt haben, warum sie so lange alleine gelernt haben und sich vielleicht erst so spät entschieden haben, Kleinettenunterricht zu nehmen oder die dann auch für sich entschieden haben, dass sie es trotzdem weiter alleine versuchen wollen. Schauen wir uns diese Perspektive einmal genauer an. Die Story, die bei mir dazu geführt hat, dass ich alleine weitergelernt habe, war, also ich habe erst mal in einer Bläserklasse angefangen mit dem Klarinettenunterricht und dann hatte ich zunächst immer einen Gruppenunterricht und auch dann später ist die Gruppe immer kleiner geworden, weil meine ganzen Kollegen aufgehört haben mit der Klarinette und dann habe ich den Lehrer gewechselt, weil ich wollte auf gar keinen Fall Einzelunterricht nehmen. Dann war ich bei einem Lehrer, der mit mir wieder angefangen hat, Owen des Saints zu üben. Also du kennst das vielleicht, das sind dann so Stücke, die man in der Kleinettenschule hat und ja, die erst mal überhaupt nicht so spannend sind. Und naja, ich habe mich nicht mehr gefordert gefühlt und dann ist in mir der Glaube entstanden, dass ich schon alles kann. Ich kann schon alles, ich bin jetzt schon gut genug auf der Kleinett, ich brauche jetzt keinen Unterricht mehr. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich angefangen habe, alleine zu lernen. So, das könnte eine Perspektive sein, dass du das Gefühl hast, du hast schon alles gelernt, was du brauchst und du brauchst keinen Unterricht mehr. Ein weiterer Beweggrund, den ich auch selber sehr gut nachvollziehen kann, ist dieses, ich möchte erst mal selber erforschen. Ich möchte es erst mal selber probieren, um zu schauen, wie weit komme ich denn alleine? Was kann ich aus eigener Kraft eigentlich schaffen? Und hier möchte ich einen Begriff dazu sagen, nämlich das Thema Selbstwirksamkeit. Wenn du für dich alleine lernst, dann ist es so, dass dir kein Lehrer sagt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern du selber überlegst, wie du deine Probleme lösen kannst und dir selber deine Ressourcen, von denen du lernen möchtest, aussuchst. Das heißt, du suchst dir selber Bücher, du guckst in YouTube und guckst selber nach Lösungen, du probierst selber aus und experimentierst. Und dadurch entwickelst du natürlich eine unglaubliche Selbstständigkeit, die auch wichtig ist. Also das habe ich für mich erlebt, in der Zeit, wo ich autodidaktisch gelernt habe, habe ich auch erstens sozusagen eine intrinsische Motivation entwickelt. Ich mache das aus mir heraus und nicht, weil von jemand von außen sagt, du musst das jetzt tun und du musst jetzt Schritt A, B, C. Und es hat gefördert, dass ich selbstständig denke. Und auch wenn ich jetzt Unterricht nehme, diese Phase hat mir tatsächlich sehr, sehr viel gegeben. Einfach weil ich jetzt nicht meine Verantwortung komplett auf den Lehrer abgebe, sondern einfach weiß, okay, ich bin selber verantwortlich für meine Ergebnisse. Und das erlebe ich tatsächlich auch bei Schülern, die eine Weile autodidaktisch gelernt haben und vieles für sich selbst gemacht haben und den Wunsch hatten zu wachsen. Wenn die dann Unterricht nehmen, dass die unglaublich schnelle Ergebnisse erzielen und unglaublich tolle Fortschritte machen, einfach weil sie diese Selbstständigkeit mitbringen, weil sie die Verantwortung übernehmen. Und in diesem Fall ist autodidaktisch lernen und es selber auszuprobieren und es selber herauszufinden eine wirklich tolle Sache, um diesen Skill, um diese Selbstverantwortung und diese intrinsische Motivation zu entwickeln. Ein Aspekt, den ich auch schon öfter mitbekommen habe, ist dieses Thema, man kann erst so richtig stolz auf sich sein, wenn man es alleine geschafft hat. Das sind dann die Menschen, die generell schon sehr wenig Hilfe annehmen und sich vielleicht auch gar nicht trauen, um Hilfe zu fragen, weil sie irgendwie gelernt haben, dass ihre Ergebnisse erst dann wertvoll sind, wenn sie etwas alleine geschafft haben. Auf der einen Seite fällt das auch unter den Bereich Selbstwirksamkeit und es kann sein, ja, es ist irgendwie ein wertvolleres Ergebnis, wenn man es alleine geschafft hat, aber auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass es dich blockiert, weil du dann eben nicht Hilfe zu dem Zeitpunkt anfängst anzunehmen, wenn du sie wirklich gebrauchen könntest, weil du dich dann nicht traust, Hilfe zu holen, weil du dann selber das Gefühl hast, ja, das, was ich jetzt erreicht habe, ist jetzt weniger wert. Und hier möchte ich schon mal vorwegnehmen eine Perspektive. Die ganzen Virtuosen, die du bewunderst, vielleicht so Nicolas Balderu oder andere Virtuose, Martin Fröst, alle hatten Lehrer, selbst im Leistungssport hatte jeder, jeder hat noch einen Coach, die gehen den Weg nicht alleine und trotzdem werden diese Menschen für ihre Leistung gefeiert. Du machst ja trotzdem die Arbeit selber. Du hast nur jemanden, der dir zeigt, wo es lang geht und der dir Ideen gibt, der dir Feedback gibt, der deine blinden Flecken aufdeckt und so weiter. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke. Zu den Themen, warum es vorteilhaft ist, Unterricht zu nehmen, werde ich aber später noch mal etwas mehr sagen. Eine interessante Perspektive, die ich jetzt auch in letzter Zeit öfter gehört habe, ist, dass man glaubt, man müsse ein bestimmtes Level erreicht haben, um überhaupt erst gut genug zu sein, um Unterricht zu nehmen. Und hier möchte ich auch schon direkt sagen, du musst kein bestimmtes Level erreicht haben, um Unterricht zu nehmen. Du kannst von Anfang an direkt mit einem Lehrer starten. Kein Lehrer wird sagen, so, du bist jetzt nicht gut genug für mich, um bei mir Unterricht zu nehmen, weil du ja noch gar nichts kannst. Es ist die Aufgabe des Lehrers, dir was beizubringen und auch gegebenenfalls von ganz Anfang an was beizubringen. Also du musst weder Noten lesen können, du musst weder schon irgendwie krasse Sachen auf deinem Instrument spielen können. Du kannst jederzeit Klarinettenunterricht nehmen, egal auf welchem Level du dich befindest. Ein interessanter Beweggrund, den ich tatsächlich in letzter Zeit auch häufiger gehört habe, ist, dass man Angst hat, dass einen der Unterricht stresst, weil man bestimmte Dinge innerhalb von einer Woche erledigen muss, dass man nicht mehr im eigenen Tempo lernen kann und dass man das Gefühl hat, man muss es dem Lehrer beweisen, man muss gut für den Lehrer sein. Dieser Stress entsteht gerade bei Menschen, die das Gefühl haben, dass sie es beweisen müssen, dass sie gut sein müssen, um die Erlaubnis zu haben, Kleinettenunterricht zu nehmen oder die Erlaubnis zu haben, überhaupt zu existieren. Ja, das ist meistens auch etwas, was in der Kindheit entsteht. Und hier kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich bin auch jemand, der es gerne den Leuten beweisen möchte, dass ich doch gut genug bin. Ja, und das heißt, ich rutsche auch selber immer wieder in mein Muster rein, dass ich dann zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder Unterricht und dann bin ich erst mal wieder in das Muster reingerutscht. Oh, ich muss es meinem Lehrer recht machen, damit er auch Lust hat, mich zu unterrichten und damit er sieht, dass ich ja doch irgendwie was kann und dass ich nicht schlecht bin und ich muss es ihm irgendwie beweisen und ich habe mir so viel Druck gemacht. Und was mir in dieser Situation total geholfen hat, ist, dass ich mich mit einer anderen Kleinertistin ausgetauscht habe und sie mir gesagt hat, hey, ja, wofür lernst du? Du lernst doch für dich, oder? Und nicht für den Lehrer. Es geht um dich, du nimmst Unterricht für dich und es geht auch um dich. Und dann hat es so Klick gemacht, ja, stimmt. Ich lerne für mich, nicht für meinen Lehrer. Ich muss es nicht meinem Lehrer beweisen. Ich gehe hin, weil ich Feedback haben möchte und nicht, weil ich es beweisen möchte. Und dieser Mindset-Shift, der hat mir sehr, sehr geholfen. Das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, wenn du das Gefühl hast, dein Lehrer überfordert dich oder hat Ziele für dich, die nicht deine eigenen sind, dann sprich mit deinem Lehrer. Also wenn ein Lehrer gut ist, dann wird er sich auf dieses Gespräch einlassen, dann wird er sich auf dich einlassen und dich nicht drängen, schneller zu lernen, als du möchtest oder kannst. Er wird dich nicht drängen, irgendwelche Ziele zu haben, die gar nicht deine eigenen sind, sondern er wird mit dir gemeinsam an deinen persönlichen Zielen arbeiten. Dafür ist ein Lehrer da. Wenn du also den Wunsch in dir trägst, Feedback zu bekommen, Unterstützung zu erhalten, genau zu wissen, was du jetzt verbessern kannst, dann wäre es super, super schade, wenn du jetzt die ganze Zeit das vor dir herschiebst, Unterricht zu nehmen, einfach nur aus Angst, dass du Stress haben würdest. Wenn du den Wunsch hast, mach dir einfach bewusst, okay, ich bin erwachsen, ich kann für mich sorgen, ich bin meinem Lehrer nicht hilflos ausgeliefert, ich mache den Unterricht für mich und ich kann mit meinem Lehrer sprechen. Let's talk about money. Ja, Kleinettenunterricht kostet Geld. Generell sich in irgendetwas coachen zu lassen, sich unterstützen zu lassen, kostet Geld. Weil schließlich muss derjenige, der seinen Job macht, ja auch davon leben. So, wenn du gar kein Geld hast, dann ist das wirklich ein sehr, sehr guter Grund, warum du keinen Unterricht nimmst. Und ich sage hier an dieser Stelle, besser alleine lernen, als gar nicht zu lernen. Ja, nutze die Ressourcen, die es auf YouTube gibt, nutze die Ressourcen, die es in Form von Büchern gibt, nutze alles, was du bekommen kannst. Alleine lernen ist besser, als gar nicht zu lernen. So, wenn du kein Geld hast, dann geht das halt nicht mit dem Unterricht. Und dann gibt es noch ein zweites Lager und das sind die, die sagen, warum soll ich Unterricht nehmen? Es gibt doch alles kostenfrei auf YouTube. Es gibt doch tausende von Büchern und Übungshefte. Warum soll ich Unterricht nehmen? Kann ich doch alleine schaffen. Alle Informationen sind irgendwo da. Ja, im Grunde genommen schon. Aber wenn du das Geld hast und das der einzige Grund ist, warum du keinen Unterricht nimmst und du eigentlich den Wunsch hast, Feedback zu bekommen, dann begrenzt du dich mit dieser Einstellung selber. Bevor ich zu den Gründen komme, möchte ich noch auf einen wichtigen Beweggrund eingehen, den ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig höre. Es ist ja nur ein Hobby. Wieso soll ich für ein Hobby so viel Geld ausgeben? Wieso soll ich professionellen Unterricht nehmen? Ich mache das ja nicht beruflich. Ich muss das ja nicht so gut können. Ich muss auch nicht so gut werden. Es reicht mir aus. Solange es dir Spaß macht und solange du mit deinen Fortschritten zufrieden bist, go for it. Es ist dein Hobby und du gestaltest deine Zeit mit deinem Hobby so, wie du es möchtest und wie du auch Freude hast. Leider ist es bei den meisten nicht der Fall, dass sie dann von selber rausfinden, wie es mit Leichtigkeit geht. Sie mühen sich ab auf ihrem Instrument. Sie machen nicht die Fortschritte, die sie haben wollen. Und das kann sehr, sehr frustrierend sein für die meisten und auch ein Grund dafür sein, dass sie dieses schöne Hobby aufgeben und dass sie dann sagen, okay, das Instrument ist nichts für mich. Es macht keinen Spaß. Es ist voll anstrengend. Wieso soll ich das machen? Wieso soll ich mich abquälen? Ja, in diesem Fall bitte, bitte nimm Unterricht, denn es wäre so, so schade, wenn du ein so schönes Hobby, weil Musik ist so toll, ja, wenn du das einfach gehen lässt und hier an der Stelle will ich einfach sagen, es ist nicht nur ein Hobby. Du verbringst deine wertvolle Freizeit damit, ja, und in deiner Freizeit soll es kein Stress bedeuten, soll es einfach Spaß machen, es soll etwas sein, was du genießen kannst, was dir Freude bereitet, was dir, ja, was ein toller Ausgleich ist zu dem, was du sonst machst, zu deiner Arbeit, zu Familie und was auch immer. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass dein Hobby ein toller Ausgleich ist und nicht ein Frustort, ja. Deswegen an dieser Stelle, auch wenn es nur ein Hobby ist, macht es durchaus Sinn, sich professionell unterstützen zu lassen, um wirklich schöne Erfolgserlebnisse zu haben, um Spaß am Instrument zu haben und, ja, sich gut zu fühlen mit seinem Hobby. Es gibt Gründe, warum Klarinettisten, Leistungssportler und so weiter Coaches haben, Trainer haben, Leute haben, die ihnen zeigen, wie sie besser werden können. Und wenn du es ernst meinst, auch wenn es nur ein Hobby ist, also wenn du es ernst meinst und wirklich Fortschritte sehen möchtest und nicht bei Kinderliedern hängen bleiben möchtest oder immer nur einfache Stücke spielen können möchtest, sondern auch ein bisschen mehr möchtest, dann macht es Sinn, dass du Unterricht nimmst. Der erste Grund ist, jeder hat blinde Flecken. Du kannst noch so ein guter Autodidakt sein, du kannst noch so gut selber spüren können, was in dir los ist. Du wirst blinde Flecken haben. Dinge, die du nicht siehst, wo du nicht weißt, dass du sie falsch machst, wo du vielleicht noch nicht die Wahrnehmung für entwickelt hast oder nicht mal weißt, dass das ein Problem sein könnte. Dinge, die vielleicht die wahre Ursache sind von Problemen, die du hast, weil viele denken, oh, meine Finger sind das Problem, aber eigentlich ist es die Luft zum Beispiel, dass man dann manchmal auch auf dem falschen Weg unterwegs ist, weil man einfach selber noch nicht die Erfahrung und das Wissen hat und auch sich selbst nicht von außen betrachten kann. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich selbst als Profi und obwohl ich schon studiert habe, schon viel Unterricht genommen habe, immer noch Unterricht nehme. Vielleicht kennst du das auch selber, wenn du bei anderen deren Probleme anschaust, dann siehst du oft, was ist der Grund, warum sie dieses Problem haben und du könntest denen ganz tolle Ratschläge geben, weil du von außen einfach besser siehst. Und ja, diese blinden Flecken sind oft der Grund, warum du stagnierst, warum du nicht weiterkommst, warum du nicht an den Themen arbeiten kannst. Es liegt nicht daran, dass du irgendwie blöd wärst, sondern das ist etwas, was ganz normal ist. Jeder hat blinde Flecken. Und ich höre wirklich sehr, sehr häufig. Ich habe es erst mal alleine probiert. Ich wollte erst mal gucken, wie weit ich komme. Und es hat nicht geklappt. Ich bin nicht weitergekommen. Und ich kann meine Probleme nicht lösen. Und dann landen sie doch bei mir im Unterricht und merken dann, ach krass, an diese eine Sache hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und genau diese eine Sache ist es dann aber, was dazu führt, dass sie wirklich unglaublich große Fortschritte machen. Der zweite Grund ist, dass die Gefahr besteht, dass du dich selbst begrenzt. Denn wie gemütlich ist es in der Komfortzone? Wie gemütlich ist es, in dem zu bleiben, was man schon kann? Das zu spielen, was man schon kann. Länger an einem Stück zu üben, das man eigentlich mal langsam zu beiseite legen sollte, weil es gemütlich geworden ist, dieses Stück zu üben. Und so kann es passieren, dass du nur übst, was du schon kannst und damit unter deinen Möglichkeiten bleibst. Und das ist der Grund, warum oft Frust entsteht, weil du immer die gleichen Stücke übst. Das ist der Grund, warum Langweile entsteht und warum du irgendwann aufhörst, Kleinette zu spielen. Da kann ich zum Beispiel von einer Kursteilnehmerin berichten. Das war bei ihr mit einem anderen Instrument, weil sie hat auch Querflöte vorher gelernt. Und der Grund, warum sie aufgehört hat mit Querflöte, ist, weil sie stagniert ist, weil sie immer wieder nur die gleichen Stücke gespielt hat und irgendwie kein nächstes Level erreicht hat und nicht irgendwie coolere Stücke spielen konnte oder so. Sie hat sich gelangweilt. Und das war für sie frustrierend. Und dann hat sie aufgehört. Einfach, weil das entstanden ist. Und das liegt daran, wenn man zu sehr in der Komfortzone bleibt. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, einen Coach zu haben. Jemanden zu haben, der auch bemerkt, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um dir was Neues zu geben. der bemerkt, wenn du in deiner Komfortzone landest, der dich fordert, der dir hilft, zu wachsen und wirklich dein Potenzial zu entfalten. Und ich weiß, viele haben Angst davor, dass das jetzt total viel Druck bedeutet, wenn man nie in der Komfortzone bleiben kann und so weiter und jetzt Unterricht nehmen. Boah, krass, das ist ja voll anstrengend. Nein, ein Lehrer sollte auch die Fähigkeit besitzen, zu schauen, was ist der Sweet Spot. Zu weit aus der Komfortzone raus führt auch zu Frust, führt auch zu Problemen, führt zu Stress und Druck und führt dazu, dass du langsamer lernst. Aber es gibt einen gewissen Sweet Spot und das ist der Punkt, wo man auch in den Flow kommt und dann besonders viel Freude am Üben hat und Glücksgefühle ausgeschüttet werden. und diesen Punkt, den gilt es zu erreichen, dass du immer in diesem Sweet Spot bist, dass du nicht in der Unterforderung bist, aber auch nicht in der Überforderung bist. Kommen wir zum dritten Grund und der ist für euch wahrscheinlich besonders wichtig. Du verschwendest Zeit, wenn du keinen Unterricht nimmst. Mit Begleitung lernst du einfach deutlich schneller. Zum einen, weil du nicht selber nach diesen ganzen Informationen suchen musst und die dann auch noch sortieren musst. Nehmen wir mal zum Beispiel YouTube. Du gehst auf YouTube, um irgendwie deine Probleme zu lösen und dann musst du erst mal 20 Videos gucken. Dann musst du gucken, okay, bei dem einen habe ich das gelernt, bei dem anderen habe ich das gelernt. Okay, was ist es denn jetzt? Du musst es dann sortieren, du musst es vielleicht auch in eine sinnvolle Reihenfolge bringen und allein schon deswegen wirst du schneller lernen, wenn du einen Experten an deiner Seite hast, der einfach weiß, was dran ist jetzt für dich, der dir einen Plan geben kann, der dir eine Richtung geben kann, der das schon sortiert hat, der wirklich erprobte Methoden an der Hand ist, von dessen Erfahrung du profitierst, zum Beispiel die Erfahrung, die er einfach selber auf seinem Weg gemacht hat, die Expertise, die er hat, das, was er gelernt hat, aufgrund von verschiedenen Ausbildungen, die er gemacht hat und auf der anderen Seite profitierst du natürlich auch von den Erfahrungen, die er mit seinen Schülern, die er schon hatte, gemacht hat. Das heißt, wenn du alleine lernst, einfach aufgrund der mangelnden Erfahrung, die du hast, kostet es dich einiges an Fortschritt und das ganz schlicht und ergreifend aus zwei Gründen. Also als allererstes, ein Lehrer ist wie ein Navi. Stell dir vor, du willst irgendwo hin und du hast kein Navi, ja? Und du fährst ohne Karte, ohne Wegweiser, du fährst dann mal in die eine Richtung und guckst mal, ob das die Richtung sein könnte. Dann fährst du in die andere Richtung und guckst mal, ob das die Richtung sein könnte. Aber du bist nie so richtig sicher, ist das jetzt der Weg? Und dann kann es sogar passieren, dass du ganz schön lange in eine falsche Richtung fährst und sogar weiter weg von deinem Ziel bist, als du wärst, wenn du ein Navi hättest, wo du einfach eingibst, das ist mein Ziel und das ist mein Startpunkt und es dir den Weg weist. Das können wir sehr, sehr gut auch aufs Kleinette-Spielen übertragen. Stell dir vor, du gehst erst mal hier und da und hier in verschiedene Richtungen. Du wirst nicht an dein Ziel kommen, weil du zu viele Sachen immer ausprobierst und nicht an einer Sache wirklich konsequent dranbleibst. und auch immer diese Unsicherheit da ist, mache ich das jetzt richtig? Ist das denn jetzt überhaupt der richtige Weg? Und auf der anderen Seite besteht auch hier die Gefahr, dass du in die falsche Richtung gehst, dass du dir schlechte Gewohnheiten angewöhnst und je länger du diesen Weg gehst und je mehr Zeit verstreicht, desto weiter weg wirst du von deinem Ziel sein. Und jetzt stell dir mal im Gegenzug vor, was würde passieren, wenn du dich jetzt nicht ständig verfahren würdest, wenn du wüsstest, worauf es ankommt. Wie viel schneller könntest du lernen? Und nicht nur das. Es gibt noch einen Effekt, der ja auch noch zusätzlich wirkt und das ist der Akkumulationseffekt. Das ist ungefähr ähnlich wie bei Aktien. Ja, wenn du in Aktien anlegst, ist es besser, dass du früher anlegst, denn dann kannst du vom Zinses-Zinseffekt profitieren, der dazu führt, dass du deine Gewinne, die du mit den Aktien, die du einkaufst, deutlich steigert, also exponentiell steigert, ab einem gewissen Punkt. Also am Anfang merkst du vielleicht noch keine riesigen Fortschritte, auch auf der Kleinette, aber ab einem gewissen Punkt macht es dann so richtig große Fortschritte, weil du einfach jeden Tag gute Gewohnheiten eingeübt hast, die dazu führen, dass dann später der Lerneffekt viel, viel schneller und viel, viel größer ist. Im Englischsprachigen nennt man das auch Compounding-Effekt, der vor allem bei guten Gewohnheiten eine Rolle spielt, aber auch bei schlechten Gewohnheiten, denn es gibt den Compounding-Effekt natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, je mehr du schlechte Gewohnheiten, desto schlechter wird auch dein Spiel. Also es gibt zwei Richtungen, in denen das wirken kann. Und so wie es bei Aktien ist, dass du sinnvoll investierst, so ist es auch wichtig, dass du sinnvoll deine Zeit in das Karnettenspiel investierst. Was bedeutet das? Du musst natürlich gute Gewohnheiten etablieren, die du jeden Tag machst, damit du einen guten Effekt hast auf dein Spiel, ja? Und das Wichtigste ist, dass du die besten Gewohnheiten schon möglichst früh etablierst und jetzt nicht Jahre wartest, bis du dir Hilfe holst und es alleine versuchst, sondern wirklich von Anfang an möglichst mit jemandem lernst, damit du von diesem Effekt am allerbesten profitieren kannst. Sprich, zehn Jahre alleine üben ist nicht das Gleiche, wie zehn Jahre unterrichtet zu werden und wirklich zu lernen, worauf es ankommt. Hier gilt nämlich auch, nicht jeder Unterricht ist gut. Es kann auch sein, dass dein Unterricht eben nicht wirklich dazu beiträgt. Dann würde ich dir raten, den Lehrer zu wechseln oder dir jemanden zu suchen, der dir diese guten Gewohnheiten wirklich beibringt. Aber einfach mal so, die Zeit, die du alleine lernst und mal hier und mal da und möglicherweise auch in eine falsche Richtung, ist vom Ergebnis her was ganz anderes. Du kommst vielleicht ungefähr hier raus und bei dem anderen kommst du hier raus nach zehn Jahren Unterricht. Aber natürlich will ich dir jetzt nicht den Mut nehmen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich habe jetzt jahrelang alleine gelernt, ich habe jetzt meine Zeit verschwendet oder oh Gott, ich habe jetzt erst überhaupt spät angefangen. Ja, es ist so, du hast nicht unbedingt den gleichen Zeitvorteil, wie wenn du jetzt als Kind angefangen hättest. Aber ich sehe es immer wieder an meinen Kursteilnehmern, es ist sehr, sehr viel möglich, auch als Erwachsener, selbst wenn du spät angefangen hast oder selbst wenn du dir über Jahre schlechte Gewohnheiten antrainiert hast. Da habe ich einige Kursteilnehmer, die trotz dieser Vorgeschichte wirklich tolle Ergebnisse gemacht haben. Und mit den richtigen Methoden und mit den richtigen Herangehensweisen kann man richtig, richtig schnell lernen und richtig schnell vorankommen. Trotzdem hoffe ich, dass dir klarer geworden ist, warum es wichtig ist, früher mit dem Unterricht anzufangen, als richtig viel Zeit zu verstreichen. Zumindest wenn du tolle Fortschritte haben möchtest, wenn du schneller vorankommen möchtest, wenn du einen Plan haben möchtest, wo es lang geht, wenn du vom Zinses-Zinseffekt quasi, also vom Compounding-Effekt profitieren möchtest. Hier gilt, je früher, desto besser. Voraussetzung ist natürlich, dass dein Unterricht richtig gut ist. Gerade wenn du erwachsen bist oder spät anfängst, ist es sogar noch wichtiger, dass dein Unterricht wirklich sehr, sehr gut ist, wenn du wirklich Fortschritte machen willst, wenn du schnell lernen möchtest und auch schnell vernünftige und coole Sachen spielen können möchtest. Gerade wenn du erwachsen bist, reicht es nämlich nicht aus, wenn dein Lehrer drauflos unterrichtet und einfach mal schaut, was so kommt und dann kommen hier und da mal ein paar Tipps nebenbei, es wird ein Stück nach dem anderen geübt, sondern du musst wirklich lernen, worauf es beim Klein-Nette-Spielen ankommt, damit du bewusst Einfluss nehmen kannst auf dein Spiel und dadurch dann auch schneller, besser wirst. Es ist also wichtig, dass du einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan hast, dem du folgen kannst, der dich wirklich an dein Ziel bringt und nicht, ja, gucken wir mal, was kommt, weil das führt auch dazu, dass du langsamer vorankommst. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass du nach einer Methode lernst, die auch an deine Bedürfnisse angepasst ist. Denn so oft kriege ich entweder mit, dass gesagt wird, ja, das kommt mit der Zeit und der Schüler wird alleine gelassen oder auf der anderen Seite gibt es dann oft so, ja, ich unterrichte halt die Erwachsenen wie Kinder und sie müssen die gleichen Schulen machen wie meine Kids, die ich unterrichte und die müssen das auch im gleichen Tempo machen wie meine Kids. Nein, Erwachsene brauchen etwas anderes, sie brauchen andere Methoden, sie brauchen Herangehensweisen, die wirklich das Gehirn, das Nervensystem und den Körper inkludieren. Denn, ja, ein Erwachsener steht vor ganz anderen Problemen wie zum Beispiel ein Kind. Ja, ein Kind hat noch ein freies Atemsystem. Wenn du dem einmal erklärst, wie man gut atmet, dann funktioniert das meistens, weil da die Beweglichkeit auch noch da ist. Ja, bei einem Erwachsenen können dann zum Beispiel solche Dinge kommen, ja, dass die, der Brustkorb unbeweglich ist und sie gar nicht fähig sind, wirklich tief und entspannt zu atmen. Ja, dass da so viele Spannungen sind, die erstmal gelöst werden müssen. Ja, und da ist es so, so wichtig, dass man dann schaut, okay, wo steht denn dieser Mensch? Muss ich dem vielleicht Übungen für den Körper mitgeben? Muss ich vielleicht mit dem mit einer Herangehensweise herangehen, die noch mehr dazu führt, dass das Nervensystem schneller neue Nervenbahnen verknüpft? Es ist also so, so wichtig, dass man wirklich Methoden verwendet, die dem Erwachsenen dienen, ja, die dazu führen, dass auch ein Erwachsener im hohen Alter noch schnell lernen kann. Denn das ist möglich mit den richtigen Methoden. Willst du jetzt also ein Navi haben und deine Übezeit und den Compound-Effekt für dich nutzen? Dann ist jetzt Zeit für eine Probestunde. Ich zeige dir Schritt für Schritt, was du tun musst, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Sei es, dass du mit Leichtigkeit spielen willst, sei es, dass du einen wunderschönen Klang haben möchtest, sei es, dass du einfach die schnellen Stellen endlich gut in den Fingern haben möchtest oder die hohen Töne hinbekommen möchtest. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie das geht. Und das mit Methoden, die wirklich auf Erwachsene, also auf dich, zugeschnitten sind, damit du wirklich schnell vorankommst und auch leicht vorankommst und Spaß an deinem ganzen Prozess hast. Gehe dafür einfach auf www.klarinettenkurs.de und trag dich direkt ein. Den Link findest du auch in der Infobox unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020